Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. In diesem Video erfahrt ihr alles, was ihr über die U1, U2, U3, U4 und U5 wissen müsst. Über die U-Untersuchungen im ersten Jahr eures Babys. Ja ihr Lieben, ich freue mich heute ganz besonders auf dieses Video, denn in letzter Zeit erreichen mich immer mehr Nachrichten zum Thema U-Untersuchungen, weil einfach ganz viele Fragen nach den Arztbesuchen mit Baby übrig bleiben oder offen bleiben. Und ich verstehe auch, die Kommunikation ist manchmal schwer, man traut sich manchmal nicht jede Frage zu stellen. Man ist auch oft überwältigt von der Situation, diese U-Untersuchung, die Zeit ist knapp und dann hat man auch wahrscheinlich zur Zeit nicht immer den Partner dabei. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute dieses Video machen können. Bevor ich euch die liebe Frau Dr. Schmidt vorstelle, einmal kurz, wir sind hier in einem durchgelüfteten Raum. Wir halten zwei Meter Abstand. Ich weiß, der Abstand sieht vor der Kamera oft etwas geringer aus, aber er ist wesentlich weiter als er aussieht. Ich habe das nämlich gerade schon mir einmal angeschaut. Wir haben Corona-Negativ-Tests und ja, von daher beachten wir hier alle Sicherheitsvorkehrungen. Außerdem ist dieser Bereich hier zur Zeit geschlossen. Das heißt, es befinden sich keine Patienten oder andere Besucher auf in diesem Bereich, also auch in den umliegenden Zimmern und in dem Gang nicht. So, das einmal vorneweg. Und jetzt die liebe Frau Dr. Schmidt, unsere Kinderärztin oder die Kinderärztin unserer Kinder. Sie ist die Leiterin der Kinderklinik im St. Josef Krankenhaus und ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir dieses Video heute gemeinsam machen, beziehungsweise dass Sie ihr Wissen einmal an die Mamas weitergeben, die wirklich ganz, ganz viele Fragen haben. Ja, danke Leila für die Einladung. Ich bin ganz froh, dass ich hier sein kann und helfen kann, über die Vorsorgeuntersuchungen aufzuklären. Das sind sie nämlich, unsere US, das sind Vorsorgeuntersuchungen. Die sind dafür da, dass man Krankheiten bei ihrem Baby oder später auch bei ihrem Kind frühzeitig erkennen kann. Es gibt ganz viele Vorsorgeuntersuchungen. Heute haben wir uns ja hier getroffen, um über die ersten fünf zu sprechen. Das heißt, von Geburt an bis zum Alter von einem halben Jahr. Das sind die wichtigsten, weil gerade bei einem Baby ist es ja ganz, ganz entscheidend, dass man frühzeitig Dinge erkennen kann, um dann eventuell dem Baby und später dann auch dem Kind helfen zu können. Zu den Vorsorgeuntersuchungen gehört immer eine gründliche Untersuchung. Es gehört dazu immer Gewicht, Länge, Kopfumfangmessung und es gehören natürlich auch wichtige Informationen dazu, wie zum Beispiel, wie schläft das Baby sicher? Hat das Baby schon Laute, die es von sich geben kann? Wie bewegt sich das Kind? Bewegt es sich schon altersentsprechend oder braucht es noch ein bisschen Unterstützung? Und ein ganz wichtiges Thema bei den Vorsorgeuntersuchungen sind natürlich auch Impfungen. Die erste Impfung kann man schon im Alter von sechs Wochen machen, da komme ich später zu. Und dann gehen gerade im ersten halben Jahr, geben die Impfungen sich sozusagen gegenseitig die Hand. Da haben Sie ja hier eine Puppe für uns organisiert. Ich mache mal das Handtuch weg. Das ist nämlich eine Reha-Puppe. Damit kann man eigentlich reanimieren, von Babys lernen. Das machen wir heute natürlich nicht, aber es ist ja auch selbstverständlich, dass wir kein Baby zur Verfügung haben. Um die U-Untersuchung einmal zu zeigen, deswegen nicht wundern, das bitte wegdenken. Das soll jetzt quasi ein Babypatient sein für die U-Untersuchung. Und die erste U-Untersuchung, die ist ja gleich nach der Geburt im Kreißsaal. Genau, die erste U-Untersuchung wird auch ganz selten nur von Ärztinnen oder Ärzten durchgeführt, sondern fast immer von den Hebammen. Und die ist eigentlich so eine Art Quick-Shake. Die Hebamme guckt, ist alles an dem Baby dran und fällt dir irgendwas auf. Zu einer U1 gehört auf jeden Fall, dass man sich die Finger und die Zehen anguckt. Oder sind es vielleicht auch zu viele? Das kommt ja auch vor. Dann wird einmal in den Mund gefasst, ist der Mund oben, also der harte Gaumen, ist der geschlossen. Dann wird so kurz einmal abgeschickt, ob irgendwo sonst eine Auffälligkeit ist. Sind die Ohren da? Haben die Ohren auch einen Ohrengang? Kann das Baby die Augen öffnen? Das kann die Puppe jetzt leider nicht. Aber ganz gut kann man dem Baby die Augen öffnen, indem man es etwas hochhebt. Dann macht es in der Regel, der sogenannte Puppen-Augen-Reflex, macht es in der Regel die Augen auf. Dann dreht die Hebamme das Baby einmal um. Ist auch nicht so hübsch hier bei der Puppe. Und guckt, ob der Rücken ausgebildet ist, ob es ein Po-Loch gibt, ganz wichtig. Und ob hinten am Steißbein irgendwelche kleinen Kuhlen sind. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann sagt die Hebamme, die U1 ist prima verlaufen. Ich gebe ihrem Baby jetzt noch Vitamin K. Ja, was ist das denn? Vitamin K ist ein wichtiges Vitamin für die Blutgerinnung. Und Blutgerinnung heißt, dass das Blut aufhört zu bluten, wenn man sich zum Beispiel verletzt oder wehgetan hat. Das Vitamin K, was in der Schwangerschaft über die Plazenta in das Baby gegangen ist, ist in der Regel zu wenig. Deswegen gibt man bei der U1, bei der U2 und auch bei der U3 jeweils zwei Tropfen Vitamin K. Oral. In den Mund, genau. Und was passiert, wenn man das nicht macht? Weil ich kann mir vorstellen, das gibt es das schon lange? Was haben die Babys früher gemacht? Es gibt zwar sehr selten, aber es gibt sie, sogenannte Massenblutungen. Man muss sich vorstellen, dass bei den Babys die Blutgefäße noch ganz fragil sind. Die sind ganz fein und können schnell platzen. Bei Frühgeborenen ist das besonders ausgeprägt. Aber auch bei reifen Kindern sind die Blutgefäße noch viel zarter und empfindsamer als bei uns. Und was passiert, wenn im Gehirn ein Blutgefäß reißt? Kann man sich vorstellen. Aber was es zum Beispiel auch schon mal gibt, sind schwerste Darmblutungen durch Vitamin K-Mangel. Deswegen sollte man den Kindern bei der U1, U2 und U3 die erforderliche Menge Vitamin K geben. Jetzt mit dem offenen Gaumen. Das ist ja diese Kieferngaumenspaltung. Die kenne ich. Also da weiß ich, da muss man dann operieren, oder? Genau, das kann man heutzutage eigentlich schon in der Schwangerschaft feststellen. Zumindest wenn es eine sogenannte Lippenkiefer-Gaumenspalte ist. Dann ist nämlich die erste Lücke in der Lippe und zieht sich dann in den Mund sozusagen, in den Kiefer hinein. Es gibt aber auch Gaumenspalten, die sind tatsächlich nur im Mund, in der Mitte. Entweder am harten oder auch ganz hinten am weichen Gaumen. Und diese, die am weichen Gaumen sind, die kann man noch nicht mal mit einem Finger ertasten. Da muss man wirklich in den Mund gucken. Das ist aber nicht etwas, was man bei der U1 macht. Weil bei der U1 möchte man ja ein Baby, was gerade auf die Welt gekommen ist, auch sanft und schonend behandeln. Da kann man ein paar Tage warten und dann bei der U2 zum Beispiel in den Mund gucken. Und jetzt haben Sie ja auch gesagt, dass das Po-Loch fehlen könnte. Wenn das Po-Loch fehlt, dann hat man eine Erkrankung vorliegen, die sich Anal-Athresie nennt. Anal von Po, Anus. Und Atresie, da fehlt was. Da ist zu. Dann macht man als erstes eine Ultraschalluntersuchung. Da kann man nämlich sehen, ob nur ein bisschen Haut über diesem Zunloch ist oder ob wirklich ein Stück des Enddarms fehlt. Das kann man genau im Ultraschall sehen und auch ausmessen, damit die Kinderchirurgen, die das hervorragend operieren können, wissen, was sie zu tun haben. Müssen sie nur so ein bisschen Haut aufmachen oder müssen sie an dem Enddarm, der etwas weiter oben endet ziehen und dann ein neues Po-Loch sozusagen bauen. Aber man hat heutzutage wirklich hervorragende Ergebnisse, wenn die Kinderchirurgen das frühzeitig machen. Dann ist man ja meistens noch im Krankenhaus für die U2. Also zumindest ich, ich bin immer die drei Tage im Krankenhaus geblieben und ich hatte dann immer kurz vor der Entlassung die U2. Genau. Die U2 ist dann eine ärztlich durchzuführende Untersuchung. Die kann man ab dem dritten Lebenstag machen und man hat bis zum zehnten Zeit. Also für alle, die im Geburtshaus oder zu Hause entbinden oder auch schon ambulant entbunden haben und nach Hause gegangen sind, die können dann quasi, müssen nicht sofort am dritten oder vierten Tag kommen, sondern könnten auch am zehnten kommen. Genau. Also wenn man ambulant nach Hause geht, ist es ja hoffentlich so, dass irgendwer das auch ärztlich das Baby einmal durchgescheckt hat. Und dann hat man ja gut Zeit bis zum zehnten Lebenstag und muss sich zu Hause wirklich nicht hetzen. Ich finde, man muss mit dem Baby zu Hause immer erstmal ankommen und da ist ein neuer Erdenbürger, an den muss man sich gewöhnen und man muss sich zu Hause so ein bisschen zetteln. Wenn man Glück hat, kommt eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt zu einem nach Hause. Wenn man Pech hat, muss man hingehen und ich weiß selber noch von meiner Tochter, man macht ja alles sehr viel langsamer als normalerweise. Also einen Gang irgendwo hin, da muss man sich ja furchtbar aufraffen, dass man das auf die Reihe kriegt. Insofern finde ich immer ganz schön, wenn man U2 vor Ort machen kann. Aber wenn der Kinderarzt oder die Kinderärztin um die Ecke ist, dann ist es ja auch in Ordnung. Und wichtig, wenn man den Termin für die U2 macht, dass man dann einmal Bescheid sagt. Man kommt für die U2 und dann gibt es ja auch diese Säuglingsprechstunden ganz oft. Dass man nicht mit vielen älteren Kindern im Badezimmer warten muss. Ja, ganz wichtig, gerade heutzutage. Man möchte ja nicht, dass sein Baby direkt Corona bekommt. Und es gibt bei den meisten Kinderärztinnen oder Kinderärzten, gibt es spezielle Vorsorgesprechstunden. Da sind dann zwar auch größere Kinder, aber die sind auch in der Regel gesund und kommen ja nur in Anführungsstrichen zur Vorsorge. Und so einen Termin sollte man auf jeden Fall machen. Und hat man zufällig ein frühgeborenes Baby und kann nach Hause, dann sollte man das auch dazu sagen. Weil je kleiner ein Kind ist, umso anfälliger ist es gegenüber Infekten. Bis auf die Infekte, die die Mutter bereits hatte, weil dafür hat das Baby ja einen Nestschutz. Übrigens noch wichtig, wenn man denn dann zu Hause ist und hat sich da gut eingerichtet, den zehnten Tag sollte man nicht versäumen, weil dann kriegt man eine Einladung und eine Aufforderung. Die Us werden sozusagen staatlich kontrolliert, denn es ist eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Untersuchung. Nicht nur die U2, sondern alle Us und am Ende sogar noch eine J, eine Jugenduntersuchung. Weil unser Staat eigentlich zum Glück, finde ich, möchte, dass alle Kinder und alle Babys gesund und munter groß werden. Mhm, richtig. Die U2 ist auf jeden Fall eine ärztliche Untersuchung und fängt eigentlich damit an, dass das Kind vermessen wird. Das wird einmal gewogen, die Länge wird gemessen und auch der Kopfumfang. Und dann gucke ich in der Regel, ob das Baby in einer normalen Größe ist oder besonders groß oder besonders klein. Danach wird das Kind körperlich untersucht und das ist manchmal ganz schön schwierig, weil es gibt natürlich diese ganz gelassenen und ruhigen Babys, aber es gibt auch die Babys, die furchtbar brüllen. Und dann kann man einige Dinge überhaupt nicht untersuchen. Das heißt, ich spreche mit dem Baby und probiere das Baby zu beruhigen. Das geht bei mir meist ganz gut, weil ich so eine dunkle Stimme habe, aber manchmal gelingt auch mir das nicht. So, und wenn das Baby ruhig ist, dann kann man überhaupt keine bestimmte Reihenfolge einhalten, sondern man sollte, wenn es ruhig ist, als erstes sofort die Dinge machen, wozu man ein ruhiges Baby braucht. Das ist natürlich zum einen Abhorchen. Ab dem Alter von 72 Stunden kann man Herzgeräusche hören, wenn irgendwas am Herzen nicht in Ordnung ist. Und ich zeige Ihnen das mal, wie das so geht. Ich würde dann hier abhorchen. Und mich freuen, wenn alles in Ordnung ist. Wenn man ein Herzgeräusch hört, dann ist das in der Regel sowas wie und dann muss man einen Ultraschall machen, um das Herz genauer zu untersuchen. Das zweite beim ruhigen Baby, was ich mache, ich halte mit diesem Stethoskop auf die Fontanelle. Es ist ja so bei Babys, dass nicht alle Schädelknochen schon geschlossen sind, sondern wenn man den Kopf des Babys anfasst, dann sieht man oder dann spürt man, dass Nähte offen sind. Das sind einzelne Schädelplatten, die noch nicht verwachsen sind und das ist auch ganz wichtig so, damit nämlich das Gehirn des Babys wachsen kann. Man kann also diese Schädelnähte auf jeden Fall abtasten, sie sollten offen sein. Und ich höre einmal auf die sogenannte Fontanelle, das ist eine dreieckige Lücke zwischen all diesen Schädelplatten, weil es gibt auch schon mal Gefäßfehlbildungen im Kopf und die hört man dann rauschen. Und wenn man die rauschen hört, dann muss man einen Ultraschall vom Kopf machen. Das nächste, wozu ich ein ruhiges Baby brauche, ist hier die Leistenpulse zu tasten. Einmal, zweimal, da läuft ein großes Blutgefäß lang und da kann man den Puls tasten. Wenn man ihn nicht tastet, könnte das Hinweis für einen Herzfehler sein. Deswegen sollte man sich wirklich die ganze Zeit Mühe geben, diese Pulse auch zu tasten. Dann brauche ich ein ruhiges Baby. Oh, dann muss das Baby aber lange ruhig sein. Ja, ne, ich bin ganz schnell. Dann brauche ich ein ruhiges Baby für die Augen. Man kann mit hier so einer Art Augenlampe, na nicht in eine Art, also man kann hier mit einer Augenlampe in die Augen leuchten und dazu muss das Baby die Augen aufhaben und Babys, die schreien, haben nie die Augen offen. Und dann leuchte ich praktisch in beide Augen so rein. Diese Puppe kann leider die Augen nicht aufmachen. Und was ich sehe, ist hinten einen knallroten Fleck und der muss auf beiden Augen gleich sein, erstens. Und er muss eben rot sein. Wenn er grau ist, könnte das ein Hinweis sein, dass es zum Beispiel ein grauer Starr ist. Und den sollte man ganz früh erkennen, dann kann man den wunderbar operieren und alles wird gut. Wenn man ihn nicht erkennt, droht das Baby das Augenlicht zu verlieren. Das allerletzte, wofür ich ein ruhiges Baby brauche, ist der Bauch. Dazu hebe ich mir die Beine so ein bisschen an und fasse erstmal mit der ganzen Hand auf den Bauch, damit sich das Baby an die Hand gewöhnt. Bei Erwachsenen würde man ja jetzt zum Beispiel die Leber so tasten. Das ist für Babys ganz schlecht. Also man braucht die ganze Hand. So, und wenn sich das Baby daran gewöhnt hat und die Hand schön warm ist, dann kann man mit den Fingerspitzen langsam in den Bauch rein tasten. Man könnte zum Beispiel zu große Nieren tasten oder auf der rechten Seite eine zu große Leber oder auf der anderen Seite auch eine zu große Milz. Und wenn man gar nichts von all diesen Organen spürt, dann sind die auch nicht zu groß. Und wenn ich das alles habe, dann freue ich mich, weil jetzt brauche ich kein ruhiges Baby mehr. Und kann mich jetzt all den anderen Sachen widmen. Also ich gucke die Ohren an. Die Ohrmuschel, ist die gut ausgebildet. Ich fasse einmal auf die Schlüsselbeine, die können nämlich bei der Geburt brechen. Dann würde es hier so knistern wie Pergamentpapier. Und wäre auch ein Grund fürs Weinen. Wäre auch ein Grund fürs Weinen, ja. Ich gucke mir die Finger an und dann gucke ich mir die Innenhände an, ob die Handlinien in Ordnung sind. Die Zehen gucke ich mir an. Und dann finde ich das Baby von vorne wunderbar und drehe es genau wie eben die Hebamme einmal um. Dann gucke ich auch hinten hier die Schädelnähte, sind die schön offen. Das gucke ich mir alles an. Wir hatten eben schon von der großen Fontanelle gesprochen. Hier hinten ist noch eine kleine. Die fasse ich auch an. Und dann gehe ich einmal die Wirbelsäule runter. Ob mir da irgendwas auffällt. Wenn zum Beispiel ein Wirbelbogen nicht geschlossen ist, dann fällt man mit dem Finger in so eine Art Loch. Alles gut. Beim Steißbein passe ich genauso auf. Dann gucke ich nochmal, ob das Po-Loch in Ordnung ist. Und gucke auch, ob der Abstand vom Po-Loch entweder beim Mädchen zur Scheide oder beim Jungen zum Penis, ob das in Ordnung ist. Dann finde ich das alles ganz gut. Kann man dabei das Baby auf dem Arm halten als Mama oder muss es dann da liegen? Mir ist immer lieber es liegt. Aber man kann als Mama sehr eng dabei sein und das Baby streicheln und mit ihm sprechen. Dann nehme ich selber das Baby hoch. Und das nächste, was ich mache, ist, ich gucke, ob das Baby zuhört. Also spreche ich mit dem Baby. Wenn es schreit, dann probiere ich es zu beruhigen und ein bisschen hin und her zu schaukeln. Und schon in diesem zarten Alter von drei bis zehn Tagen können Babys ganz wunderbar und aufmerksam zuhören. Also ich gucke, ob ich eine Aufmerksamkeit hinkriege. Und dann gucke ich noch nach sogenannten neugeborenen Reflexen. Dafür nehme ich das Baby so rum und streiche hier über den Rücken. Und wenn es keine Puppe wäre, dann hätte das Baby jetzt wusch mit dem Rücken in die eine beziehungsweise in die andere Richtung reagiert. Dann stelle ich das Baby hin und Babys haben in den ersten ein, zwei Monaten einen angeborenen Schreitreflex. Wenn die Füße einen Untergrund spüren, dann macht das Baby einen Schritt. Das gucke ich mir an. Dann gucke ich, ob es sich im Raum bewegen kann. Das heißt, ich mache einmal so und erwarte, die Puppe ist richtig gut, dass dieses Bein angezogen wird. Hat sie super gemacht, die Puppe. Und dann mache ich es von der anderen Seite. Und siehe da, klappt auch. Und ganz am Ende mache ich einen sogenannten Mororeflex. Das ist ein ganz, ganz alter Reflex und kommt aus einer Zeit, als Menschen noch Haare hatten. Weil, oder Affen in Bäumen, wenn die Affenmutter ihr Baby fallen ließ, dann machte das Baby... ...und beide Arme so. Und dann, weil es ja die Mama wieder festhalten wollte, machte es sofort so. Also wenn man das Baby nach hinten fallen lässt, macht es Wumm Wumm. So, wenn das Baby das nicht macht, ist das ein Zeichen für eine schwere neurologische Störung. Dann muss man unbedingt weitere Untersuchungen machen. Und wenn das Baby das nur auf einer Seite macht, also... ...dann muss man den anderen Arm untersuchen. Dann könnte entweder, wie eben schon erwähnt, was am Schlüsselbein sein oder am Oberarmgelenk. Oder der Oberarm ist vielleicht durch eine schwere Geburt gebrochen. Also dieser Mororeflex ist etwas ganz Wichtiges. So, ganz am Ende gucke ich noch mit einem Spatel in den Mund. Das mache ich immer am Ende, weil es unangenehm ist. Und was gucke ich mir an? Es sieht der Gaumen gut aus. Dann drücke ich die Zunge runter. Dann sehe ich auch hinten den weichen Gaumen. Ist da irgendwie eine Spalte. Dann gucke ich meist noch mal rechts und links in die Wangentaschen. Da gibt es schon mal so kleine Zisten. Das sind so kleine weiße Perlchen. Meist beunruhigend für die Eltern. Ist aber nichts Schlimmes. Und ganz ganz am Ende gucke ich noch, ob die Hüfte gut ist. Dazu nehme ich mir die Beine und spreize sie auseinander. Dann sollte man mit den Knien bis zur Matte kommen. Und frage natürlich auch immer, ob in der Familie angeborene Hüftauffälligkeiten sind. Sogenannte Hüftdysplasien. Weil dann würde man jetzt schon einen Ultraschall der Hüfte machen. Ansonsten ist es vorgeschrieben, das bei der U3, also bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung zu machen. So, dann sage ich der Mutter, dass sie ein kräftiges und fites und ganz gesundes Baby hat. Und gebe es ihr in der Regel auf den Arm. Ach ja. So. Wissen Sie, was mich noch interessieren würde? Wenn das Kind einen Infekt hat, also jetzt vielleicht bei der U2 sind die ja meistens noch sehr gesund. Aber später bei den folgenden U-Untersuchungen. Es kann ja immer sein, dass ein Kind jetzt fiebrig ist, laufende Nase hat. Verschiebt man die dann lieber? Naja, wenn das Kind in dem Alter fiebrig oder klein ist, sollte man ja sowieso zum Kinderarzt gehen. Bei hohem Fieber würde ich persönlich jetzt wahrscheinlich sagen, warten wir lieber ab, bis das Fieber unten ist, weil man sonst einen falschen Eindruck von dem Baby kriegt. Man denkt dann, es ist ein schlappes Kind und in Wirklichkeit ist es aber munter und nur krank. Wenn es nur, in Anführungsstrichen, einen Infekt hat, ohne Fieber, dann mache ich die U. Abgesehen von der körperlichen Untersuchung gehören zur U2 noch verschiedene Beratungen. Zum einen frage ich immer, ob das Stoffwechsel-Screening gemacht wurde. Das sollte man im Alter von etwa 36 Stunden machen. Es ist eine Blutabnahme, die bei allen in Deutschland geborenen Babys stattfindet. Und man kann auf etwa 50 verschiedenste Stoffwechselerkrankungen untersuchen. Und zum Teil kann man diese dann auch behandeln. Dazu wird noch auf hormonelle Störungen getestet. Zum Beispiel auf bestimmte Störungen der Nebennierenrinde oder auch Störungen der Schilddrüse. Und auch das sollte man früh erkennen, damit man es dann eben behandeln kann. In der Regel sagen die Mütter ja, haben wir gemacht, weil auch die Hebammen, die ja die Mütter besuchen zu Hause, darauf achten, dass dieses Stoffwechsel-Screening gemacht wurde. Dann frage ich, ob ein Hör-Screening gemacht wurde im Krankenhaus. Ein von tausend Babys hat einen Hörschaden, einen schweren Hörschaden. Und früher waren das Kinder, die häufig auf einer Sonderschule landeten, weil überhaupt keiner wusste, dass sie schlecht hören. Ich hatte vor kurzem tatsächlich noch ein Kind aus einem Flüchtlingsheim. Mit sieben Jahren sollte es auf die Sonderschule. Das hatte aber, es war taub. Heutzutage kann man durch Implantate den Kindern das Hören wieder ermöglichen. Und je früher man die einsetzt, umso besser lernen die Kinder sprechen. Und umso weniger sind sie dann von dieser Hörschwäche, extreme Schwierigkeit oder Taubheit auch in ihrem Leben beeinträchtigt. Das sind ja auch meistens sehr intelligente Kinder, weil diese Taubheit wird ja überspielt. Im jahrelangen Nachahmen von Tätigkeiten, Nachmachen von Lauten, ohne zu wissen, dass ein Sinn einfach fehlt. Und auch interessant, wie die Umgebung oft nicht bemerkt, dass ein Kind taub ist oder auch eine Brille braucht. Viele Eltern wissen nicht, dass ihre Kinder eine Brille brauchen, weil die Kinder ganz intelligent gelernt haben, sich zurechtzufinden, ohne gut sehen zu können. Ja, das ist eindeutig so. Deswegen empfehle ich zum Beispiel vor der Schule eigentlich allen Kindern einmal eine Augenärztin oder einen Augenarzt aufzusuchen. Natürlich gehört das auch zu den Us, die Augen zu testen, aber das ist relativ grob, finde ich immer. Und ein Mensch, dessen Fachgebiet das ist, der kann das natürlich noch viel besser, als wenn ich hier grob mal ein paar Zahlen an die Wand werfe. Sollte der Hörtest noch nicht gemacht werden, das ist nämlich leider manchmal so, dass der zwar im Krankenhaus durchgeführt wurde, dass durch die Geburt aber der Gehörgang noch verstopft ist und dann ist er falsch negativ. Also dann denkt man, das Kind hört nicht, aber eigentlich kann es doch hören und nur der Gehörgang war verstopft, sodass man dem ersten Test dann nicht glaubt, sondern sagt, das muss wiederholt werden. Und dann sage ich den Eltern, ja, müssen sie unbedingt machen und da gibt es die und die Stellen in der Stadt und da können sie hingehen und können diesen Hörtest wiederholen. Und in, ja, ich glaube in 90 Prozent etwa, ich weiß es nicht ganz genau, ist der Hörtest dann in Ordnung. So, das frage ich nach und dann gibt es ein paar Dinge, da wird drüber aufgeklärt. Zum einen gibt es nochmal Vitamin K, das kannten wir schon von der U1. Das gibt es jetzt bei der U2 nochmal und dann später bei der U3 nochmal. Dann kläre ich auf über Vitamin D. Hat jeder bestimmt schon mal gehört, Vitamin D, oh und das braucht man und da braucht man Sonne. Ja, stimmt. Das Vitamin D, was über die Müttermilch geht, braucht Sonne, um zu seiner wirksamen Form zu gelangen. Und wenn ich jetzt so gerade aus dem Fenster gucke, dann ist es ein bisschen grau, ist halt November, es war heute ein bisschen Sonne. Aber auch das wäre ein Trugschluss, wenn ich denken würde, diese Sonne hilft mir bei Vitamin D. Die Sonne hilft nur zur Vitamin D Bildung in den Monaten ohne R. Das heißt von Mai bis August, September vielleicht noch ein bisschen. Und dann auch nur, wenn sie hoch am Himmel steht, also zwischen 11 und 15 Uhr. Weder sollte man ein Baby der prall Sonne aussetzen, noch gibt es in diesem Land genug. Und deswegen muss man den Kindern eine Tablette Vitamin D am Tag geben. Wozu ist das sinnvoll? Bei den Babys ganz sinnvoll, um die Knochen wachsen zu lassen. Vitamin D baut Calcium in die Knochen und wenn die Knochen nicht genug Calcium haben, dann werden sie weich und biegsam. In meiner Generation gab es noch etliche Leute mit einem Vitamin D Mangel. Das nennt sich dann Vitamin D Mangelrachitis. Und das sind Menschen mit solchen O-Beinen oder mit einem Brustkorb, der so quadratisch praktisch gut ist. Oder ganz aufgeworfenen Handgelenken und Rippen. Das ist alles ein Zeichen von Vitamin D Mangel. Und kommt hier, seit wir viele Migrantenkinder betreuen, auch wieder vor, muss man sagen. Man braucht umso mehr Vitamin D, je dunkler die Hautfarbe ist. So, dann erkläre ich den Eltern diesen Zusammenhang und sage ihnen eine Tablette Vitamin D am Tag. Und zwar das ganze erste Lebensjahr und, wenn die Kinder im Winter geboren sind, über den nächsten Winter hinaus. Also wenn wir jetzt hier unser Neugeborenes betrachten, dann würde ich diesem Kind Vitamin D bis Ende April 2022 empfehlen. Darüber spreche ich. Dann spreche ich über die Zahngesundheit. Das ist das erste Mal, dass man darüber sprechen sollte bei der U2, auch wenn die Zähne ja noch ein bisschen dauern. Und erkläre immer, wie Zahngesundheit überhaupt zustande kommt. Das ist natürlich zum einen die Ernährung. Beim ersten Kind kann man ja die Süßigkeiten noch gut weghalten. Ich weiß von vielen Familien, dass das beim zweiten viel, viel schwieriger wird. Dann ist die Zahngesundheit genetisch. Ich frage immer die Eltern, was haben sie denn für Zähne? Und wenn die Eltern ganz schlechte Zähne haben, dann kann man sicher überlegen, dass das Baby noch eine Fluorprophylaxe für die Zähne bekommt. Wobei heute die Zahnprophylaxe durch die Zahnärztinnen und Zahnärzte derartig gut ist, dass ich Fluor nur noch selten empfehle. Früher war ich eine leidenschaftliche Verfechterin von Fluor. Die Vitamin D Tabletten gibt es mit Fluor und ohne. Genau. Vor der Entscheidung stehen ja viele Eltern. Gebe ich jetzt mit Fluor oder ohne? Ich mache das immer ein bisschen abhängig davon, ob die Eltern gute oder schlechte Zähne haben, weil der Zahnschmelz extrem genetisch ist. Dann haben wir jetzt schon drei Dinge für die Zahngesundheit. Die Ernährung, Fluor und die Genetik. Und ganz wichtig, das sage ich schon das erste Mal bei der U2, putzen ab dem ersten Zahn. Viele Eltern denken, dieses kleine Stummelchen, das muss ich doch nicht putzen. Und warten, bis alle Zähne da sind und dann ist der erste Zahn, das sind meist diese zwei kleinen Stummelchen im Unterkiefer, bereits faul. Das sollte man vermeiden und ab dem ersten Zahn putzen. Dann gehört zur U2 natürlich eine Aufklärung über sicheres Schlafen. Ich weiß, da gibt es, glaube ich, von dir schon Videos. Dann sage ich nur zwei Sätze dazu. Das eine ist, zu Hause gilt lieber zu kalt als zu warm. Die optimale Schlaftemperatur für ein gesundes, reifes Baby ist so was wie 16, 17 Grad. Und nicht volle Pulleheizung an, Fenster nie auf, sondern 16, 17 Grad im Schlafsack in einem kargen Bett. Und wenn man nicht sicher ist, ob das Baby zu warm angezogen ist, gerade beim ersten Baby ist man ja furchtbar unsicher. Ich weiß noch, ich habe meine Tochter bei 33 Grad gekriegt und habe da eigentlich nur weite, viel zu große T-Shirts angezogen, weil sie immer schwitzt. Wenn man es also nicht genau weiß, jetzt ist Winter und man zieht die Babys warm an, dann kann man in den Nacken fassen. Und wenn der Nacken schwitzt, dann haben sie ihr Baby zu warm angezogen. Wenn die Füße oder Hände kalt sind, nicht schlimm, das passiert uns auch mal. Nacken schwitzen, zu warm. Nacken kalt, zu kalt. Sehr gut, ja, das stimmt. Nacken kalt ist zu kalt. Und dann sage ich immer noch eine andere Sache, wenn die Eltern vielleicht spazieren gehen mit dem Kinderwagen, dann können sie das Baby, auch wenn es schläft, mal auf eine Seite drehen. Schlafen die Eltern selber. Bitte, bitte legen sie ihr Kind auf den Rücken. Nicht auf die Seite, nicht auf den Bauch. Wenn sie das Risiko einsetzen, dass im Schlaf irgendetwas passiert, dann ist es in Bauchlage 300. Dazu gebe ich immer noch eine Broschüre raus. Und das allerletzte, worüber ich bei der U2 spreche, ist, dass Babys ja manchmal nervig sind. Die schreien halt viel und man kann nicht mehr genug schlafen und die haben noch keinen Schlaf-Wachrhythmus. Den können sie frühestens mit sechs Monaten haben. Und wenn man mal genervt ist, dann auf keinen Fall das Baby schütteln. Ganz, ganz wichtig. Niemals. Danke dafür. Gerne. Ist ja auch ganz wichtig, finde ich, dass man versteht, was jemand anders mit seinem Baby macht. Ich weiß gerade beim ersten Kind, dass es ja so, dass das ganz schwierig ist, Menschen auch an sein eigenes Baby zu lassen. Kann ich mich noch gut erinnern. Und ja, insofern finde ich auch ganz wichtig, dass man genau weiß, warum was gemacht wird.